Das ist der sechstimensionale Würfel. Und zwar die Projektion dieses Würfels. Das sieht alles sehr schön aus, sehr kompliziert, sehr demonstrativ und auch optisch gelungen. Aber wir haben alle ein großes Problem. Wir können mit unserem Gehirn nur dreidimensional denken. Wir kommen damit an eine Denkgrenze. Wir können zwar mathematisch mit diesen Würfeln rechnen oder mit den Körpern. Das tun wir auch auf den Computern, wenn wir zum Beispiel mehrdimensionale Systeme analysieren und zum Beispiel ein Maximum oder ein Minimum auf einer vierdimensionalen oder fünfdimensionalen Fläche bestimmen wollen. Dann operieren wir in einem höherdimensionalen Raum und können das auf einem Computer ausrechnen. Aber keiner, der es rechnet, kann sich vorstellen, wie das wirklich aussieht. Das ist weit hinter uns gelassen. Wir müssen aber diese Dinge unbedingt verstehen heute Abend. Und darum machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt einfach eine Stufe zurück. Wir sind die Herren, würde ich mal sagen, der dritten Dimension. Und jetzt gehen wir in die zweite Dimension und schauen uns einmal ein paar Gesetzmäßigkeiten dort an. Hier haben wir eine solche Fläche. Und in dieser Fläche leben nun alle möglichen Leute auch. Die sind natürlich zweidimensional. Das heißt, in ihrem Reisepass steht drin, bei Körpergröße, also die Höhe, da steht Eintragung Null bei denen. Aber sonst sind die genauso intelligent und alles, was es sonst gibt, haben diese Leute auch. So nehmen wir einmal an. Diese Leute könnten wir ganz schnell in ein Gefängnis sperren. Wir brauchten nur einen Kreisraum rumzeichnen und schon wären sie eingesperrt. Sie kämen da nicht mehr raus. Oder wenn wir ihnen eine mathematische Aufgabe geben, hier sind zwei Dreiecke und wir kennen diese Dreiecke als deckungsgleiche Dreiecke. Das heißt, die sind gleich groß, sie haben gleiche Winkel und auch gleiche Seitenlängen. Dann kann man die zur Deckung bringen. Und jetzt sagen wir diesen Leuten, bringt doch uns mal diese beiden Dreiecke zur Deckung. Und sie probieren und probieren und schieben und drehen und wenden. Aber sie kriegen es nicht hin. Und sie sagen uns, weil sie auch gute Mathematiker sind, diese Aufgabe ist lösbar. Nur wir können es nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Sie muss lösbar sein. Das können sie mathematisch sogar beweisen. Jetzt kommen wir her, wir packen dieses Dreieck mit an der Spitze, drehen das durch die dritte Dimension hindurch und legen das da drauf. Und dann sehen die das und dann sagen die, ja, das ist die Lösung. Und sie können es nicht, aber wie würden sie das bezeichnen? Sie würden sagen, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Was hier geschehen ist, ist jenseits unseres Raumes. Das können wir nicht mehr sehen, aber das gibt es. Und sie würden sagen, das ist Realität, nur wir können es nicht. Und das ist ein Wunder. Würden wir auch sagen, das Drehen eines Dreiecks ist für uns ein Wunder? Überhaupt nicht. Wenn sie die Bibel lesen, stellen sie fest, dass in der Bibel manchmal von Wundern die Rede ist, dann bezieht sich das auf den Menschen und andermal ist von Gott die Rede und selbst wenn er etwas ganz Gewaltiges tut, dann ist da einfach ganz schlicht und einfach die Rede von den Werken. Bei Gott ist das ein Werk, aber für uns ist es ein Wunder. Wir können es nicht nachmachen, es funktioniert bei uns nicht. Das ist der große Unterschied. Um noch ein wenig mehr zu verstehen von diesen Leuten, nehmen wir einmal an, es gäbe hier zwei solcher Flächen und diese beiden Flächen liegen parallel zueinander, aber die sind sehr, sehr dicht beieinander. Und zwar so dicht, dass sie nur ein Millionstel Millimeter voneinander entfernt sind. Also man kann nur mit einem guten Mikroskop überhaupt den Unterschied, den Abstand dieser beiden Flächen erkennen. Und jetzt nehmen wir einmal an, in diesen beiden Flächen, da leben drei Personen. Ich habe sie mal genannt, P1, P2, P3. Und die Fläche ist sehr groß und der P1 ist von dem P2 eine Million Kilometer entfernt. Kann der P2 wohl den P1 besuchen? Geht das? Kein Problem. Der setzt sich in ein zweidimensionales Düsenauto und rast hin zu dem P1. Das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit des Autos, aber gar keine Frage, der kann ihn besuchen. Aber jetzt schauen wir uns das andere an. Der P3, der wohnt direkt in der Fläche unter ihm, ein Millionstel Millimeter entfernt. Kann der den auch besuchen? Nein, unmöglich. Warum? Weil zwischen diesen beiden Flächen, jetzt kennen wir es schon, ein Ereignishorizont aufgespannt ist. Und den kann man nicht überwinden aus der eigenen Dimension. Das geht nicht. Weil die Dimensionsgrenze immer die Realitätsgrenze der eigenen Dimension ist. Das kann man also nicht überwinden. Also der kann niemals zu dem hingehen. Er kann auch nicht telefonieren. Alle physikalischen Möglichkeiten sind also dort auch nicht möglich, die wir kennen. Jetzt schauen wir uns noch etwas an. Ein Bild, wo wir einen dreidimensionalen Körper sehen. Und in dem dreidimensionalen Körper ist eine Fläche eingezeichnet. Und hier in dieser Fläche, die hier so orange schraffiert ist, nicht orange, violett. Pink, ja, oder? Lieder. Man muss die Mode kennen. Farbenblind, was? Ja. Und hier, das ist eine Fläche. Und in dieser Fläche, da leben nun unsere bekannten zweidimensionalen Leute. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie sieht die Realität aus. Stellen wir uns vor, wir befinden uns hier an der Ecke G und wir schauen auf die Fläche. Dann sehen wir natürlich alle diese Leute. Und zwar jeden Einzelnen. Uns entkommt keiner. Wir sehen sie alle. Aber können diese Leute uns hier oben in der Ecke auch sehen? Nein. Dazwischen ist eine Dimension aufgespannt und eine Dimension ist ein Ereignishorizont. Sie können uns nicht sehen. Also, die höhere Dimension kann nicht gesehen werden, aber aus der höheren Dimension können wir in die niedrigere Dimension sehen. Und alles wahrnehmen, was hier geschieht. Ja, wir kennen die Gesetzmäßigkeiten, alles ist uns bekannt. Wir können Dinge in der Fläche tun, wo die Leute sagen, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Wir machen das ganz locker. Wenn da zum Beispiel einer hier spazieren geht, den könnten wir einfach antipsen mit dem Finger und den aus der Fläche rausheben. Dann ist er nicht mehr da, ist er nicht mehr in der Fläche. Was würden die Leute sagen? Er ist verschwunden. Vor unseren Augen. Entrückt, ja. Wo ist der geblieben? Der war doch eben noch hier. Jetzt ist er weg. Ja, so läuft das ab. Jetzt schauen wir uns, wollen wir es ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt bisher gesagt haben. Also, alle bekannten Gesetzmäßigkeiten der Materie, die wir kennen, hören jenseits der dritten Dimension für uns auf. Da gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht erforschen können. Eine andere Physik, eine andere Chemie, ganz andere Dinge, die wir nicht kennen. Es ist die Grenze unserer Beobachtungsrealität, unserer Physik. Aber die ganze Fülle dessen, was es gibt, ist nicht abbildbar in dieser Fläche oder in unserer dritten Dimension. Alles, was aus der höheren Dimension geschieht, ist für uns ein Wunder. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, als er dort auf dem Areopark predigt, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferner von einem jeglichen unter uns. Und jetzt kommt dieser starke Satz, denn in ihm leben, weben und sind wir. Merken wir, von der höheren Dimension kann man sofort verstehen, Gott durchdringt alles und darum leben wir direkt in Gott. Es ist der Raum, in dem wir uns hier befinden, auch hier heute Abend. Da ist nicht Gott irgendwo, sondern er ist hier, mitten unter uns. Wir sind sogar mitten in ihm drin. Denn wir können ihn zwar nicht sehen, wegen der höheren Dimension. Es ist ein eigenes Horizont aufgespannt. Aber er ist hier. Und darum war es auch richtig, dass wir zu ihm gebetet haben. Er hat es verstanden. Er kann alles hören, obwohl wir ihn, in seiner Stimme, nicht hören. Er spricht mit einer anderen Stimme, offensichtlich, die wir hier nicht verstehen können. Und doch kann Gott reden, auch hier, aus vielen Beispielen der Bibel wissen wir, dass Gott auch zu Abraham und zu Mose geredet hat. Aber dann in menschlicher Sprache. Untertitelung des ZDF, 2020